Legt euch bequem hin, gönnt euch den Moment der Ruhe, um eine bequeme Position zu finden und nehmt euch die Zeit, den Atem zu vertiefen, zu spüren, wie er in euren Bauch reinfließt oder bis er zu den Füßen atmet, einfach so in eurem natürlichen Rhythmus und heute für die Rauhnacht geht es um die Verbindung mit der geistigen Welt und gebt euch Zeit, die Gedanken wie die Wolken vorbeiziehen zu lassen und lauscht erstmal der Musik, die euch trägt, die euch verbindet. Amen. 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 Jedem Atemzug vertiefen wir unseren Fokus auf unseren Herzmitte, lassen dort eine kleine Flamme entstehen. Diese kleine Flamme, die Herzensflamme, die Seelenflamme, darf mit jedem Atemzug sich ausbreiten und größer werden, größer in unserem Körper, groß wie unser Raum, groß wie unser Haus und rüber hinaus und füllt es mit einem Gefühl der Wärme, mit schönen Bildern und stellt euch vor, wie ihr euch noch mit dem Erdinnern und mit dem Zentrum der Galaxie verbindet und ruft euer eigenes energetisches Team, was euch immer begleitet, Meister, Krafttiere, Engel oder Entitäten, mit denen ihr arbeitet. Wir erkennen die Kräfte des Lichts an, in uns und um uns herum. Wir bitten um Führung, Richtung und Mut zum Wissen, zum höchsten Wohle und zum höchsten, was uns offenbart wird. Wir verbinden uns mit der heiligen Matrix. Oh, großes Geheimnis, großer Geist, Göttin, schütze mich vor allen Formen von Egozentrik und lenke meine Aufmerksamkeit auf die anstehende Arbeit. Hilf mir zu wissen, wie die Akasha-Chroniken für mich durch die Augen der Herren der Aufzeichnungen sind und befähige mich, die Weisheit und das Mitgefühl zu teilen, die die Meisterlehrer und Angehörigen, für die ich vielleicht auch etwas wissen möchte, haben. Ich meditiere und verbinde mich mit der Akasha-Chronik. Egal was kommt, an Farben, Emotionen und Impulsen, es ist Sprache der Seele. Und gebt euch Raum durch die Musik, wie ihr dahin reisen könnt zur oberen Welt, zur Akasha-Chronik. Egal, Emotionen und Impulsen, es ist Sprache der Seele. Und hier, die Musik, wie ihr da ihr habt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und jetzt wird es Zeit, aus den oberen Ebenen wieder zurückzukehren und dank den Meistern, den Lehrern und eurem spirituellen Team für diese Liebe, für diesen Zeitraum des Mitgefühls und der Liebe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020